Hallo zusammen, diesen Sommer bin ich unterwegs gewesen mit einer anderen erwachsenen Person und zwei Kindern in einem Wohnmobil, 17 Tage von Berlin nach Schottland, durch Schottland und zurück über die Fähre, 3500 Kilometern. Und wir haben besucht unter anderem Loch Schiel bei Harry Potter Brücke, eine Ferry Bridge, einmal Edinburgh und auch Balmoral, um nur einige der Highlights zu nennen. In dieser Folge kommen vor das Großareal des Cullen Castle, ein netter Robbenbesuch an unserem Stellplatz, mein absolutes Highlight die Ferry Bridge und wir enden die Folge mit Campen in einem Glen. Außerdem werde ich in dieser Folge Zeitraffer von unserer Fahrt inkludieren, später war mein Kameraspeicher voll, daher wird es nur noch diese Folge, diese Zeitraffer geben. Ich werde auch weniger erzählen und mehr Impressionen mit euch teilen. Wer weniger darauf Wert legt, kann einfach zum nächsten Timestamp vorskippen. Wir beginnen diese Folge mit der Realität unseres täglichen öfteren Hin- und Her-Räums im Camper und verließen unseren Stellplatz am Jumburn Viewpoint in Richtung Cullen Castle. Die Strecke bis dorthin waren entweder 72 Meilen oder 116 Kilometer. Wer den Zeitraffer nicht sehen möchte, skippt einfach bis zum nächsten Timestamp. Wer den Zeitraffer nicht gewusst hat. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir schnutzten eine kleine Straße mit vielen Haltebuchten, von denen es übrigens sehr viel dieser Art in Schottland gibt und kamen gerade noch rechtzeitig beim Schwarnsee mit der dortigen Eisdiele und dem kleinen Café an, kurz bevor diese schlossen. Anschließend gingen wir noch in die Spielburg, über die wir uns sehr freuten und vor allen Dingen fanden wir auch gut, dass es dort eine Ausweisung gab, für welche Altersstufen die einzelnen Spielbereiche geeignet waren. Suchbild findet das Wohnmobil. Nachdem die Kiddies sich ausgetobt hatten, machten wir uns auf den Weg zu unserem Stellplatz. Hier hatte ich mehrere Alternativen rausgesucht, weil ich nicht sicher war, was gehen würde, wie auch beim Stellplatz zuvor. Und wie ihr in der Zeitraffer auch sehen könnt, waren wir zwar auf einem Parkplatz, aber wir sind dann doch weiter gefahren, um ganz sicher zu sein, dass es auch alles seine Richtigkeit hat, wenn wir dort über Nacht parken. In Schottland ist es übrigens anders als in England möglich freizustehen. In England kann ich sehr empfehlen, hier zum Beispiel ausgewiesene Pubs zu nutzen, um dort über Nacht stehen zu bleiben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich hatte ja gehofft, an diesem Strand stehen zu können, um gleich ganz nett am Wasser sein zu können, aber da es nicht ganz sicher war, sind wir weitergezogen und standen letztendlich neben einer Art, naja, Industriegebiet. Aber es war definitiv ein ausgewiesener Stellplatz und auch das Bezahlen des Stellplatzes war recht einfach und ohne großes Herunterladen von Apps möglich. Am nächsten Morgen wurden wir übrigens aufmerksam gemacht über Robbenbesuch, der sich dort eingestellt hatte. Das war eine kleine, eine kleine nette Entdeckung. Leine hätten wir diese Robben definitiv nicht erspäht. Wir hatten uns nämlich vorher ein bisschen aufgeregt über Autofahrer und Lkw-Fahrer, die sich einfach da an diese ausgewiesenen Stellplatzbuchten gestellt hatten für die Wohnmobile. Aber letztendlich war das doch eine glückliche Fügung, weil sonst hätte ich diese Fotos und Aufnahmen nicht machen können und auch meine Mitreisende nicht. Wir waren die einzigen Camper diesem Stellplatz gewesen. Wie wir später feststellten, waren die meisten ein paar Minuten Autofahrt weiter entfernt, wo zum Beispiel auch Entleerungsmöglichkeiten für die Toiletten zum Beispiel waren, die wir dann auch nutzen mussten und fuhren dann weiter auf die lange Etappe 241 Kilometer oder 150 Meilen, je nachdem wie man es sieht, in Richtung Ferry Bridge, mein absolutes Highlight von dieser Reise und hielten unterwegs an diesem netten See. Wie später feststellen musste, war diese Fahrt wirklich anstrengend. Die Straßen unterwegs waren stark gewunden und ziemlich eng. Die Lkw- und Busfahrer hielten gnadenlos auf uns zu und immerhin waren dann solche Stops oder auch diese außergewöhnlichen Brücken eine nette Abwechslung. Wie eine große Brücke. Und dann war es da, das letzte Stück bis zur Ferry Bridge. Google Maps ließ uns direkt auf der Straße halten, wo wir keinen richtigen Parkplatz sehen konnten. Und wie wir dann glücklicherweise durch andere nette Autofahrer erfahren konnten, war weiter die Straße runter etwa 600 Meter ein richtiger Parkplatz, von dem aus wir dann eine halbstündige Wandertour in Richtung Ferry Bridge machten. Ihr könnt übrigens wirklich an der Stelle halten und dort einen Pfad bis zur Ferry Bridge laufen. Dieser soll aber sehr steil sein. Wir haben es nicht ausprobiert. Am Anfang war der Weg noch sehr breit und leicht zu laufen. Unterwegs nette Foto-Ops. Und wir hatten auch eine Holzbrücke zu überqueren. Danach wurde der Weg immer schmaler und matschiger. Also bringt Gummistiefel mit auf jeden Fall. Und dann war sie da, die Ferry Bridge. 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 Fotos und Videos machten wir uns auf den Rückweg. Und dann entdeckte ich auch endlich kleine Frösche, die auch unsere Mitreisenden schon vorher gesehen hatten. Anschließend ging es auf die letzte Etappe bis zu Glennavis Camping, rund 36 Meilen bzw. 58 Kilometer von der Ferry Bridge entfernt. Glennavis hatte ich absolut unterschätzt. Es ist der mit Abstand größte Campingplatz von den noch nicht so vielen, auf denen ich bisher das Vergnügen hatte zu stehen. Am Fuße der Berge war es ein absolut tolles Bild. Und jedes Mal, wenn man raus schaute, bot sich ein anderes Bild mit den Wolken, die sich ständig änderten oder wenn zum Beispiel die Sonnenstrahlen einmal durchlugten. Wir nutzten auch die Gelegenheit zum Waschen unserer Wäsche. Die Anlagen an sich waren nicht die allerneuesten, aber definitiv in Ordnung gehalten und sauber. In der nächsten Folge berichte ich euch von der Harry Potter Brücke, a.k.a. Glenfinnen Viadukt, loch hier gleich gegenüber von dieser Brücke. Eine Step-Visite in Portree of Sky und eine Foto-Op von Island Donnen Castle. Lass gerne ein Like da und ein Abo. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal.